In dieser Übung geht es darum, dass du deinen Atem ganz bewusst wahrnimmst und in die Ruhe kommst. Setze dich dafür an einen Ort, an dem du für dich Ruhe hast und ungestört sein kannst. Du kannst auf dem Boden sitzen oder einem Meditationskissen, auf einem Stuhl oder auf deinem Sofa. Wichtig, es braucht eine aufrechte Haltung, die für dich angenehm ist. Du kannst im Schneidersitz sitzen oder mit aufgestellten Beinen solltest du auf dem Stuhl sitzen, so wie es für dich gemütlich ist. Lege deine Hände entspannt auf deine Beine oder in deinen Schoß. Lass uns beginnen. Lasse deine Augen noch geöffnet und nimm als erstes deinen Atem wahr. Beobachte ihn, wie er sich jetzt anfühlt und versuche ihn nicht zu kontrollieren oder verändern. Versuche deine Gedanken so gut es geht am Himmel vorbeiziehen zu lassen. Atme mit geöffneten Augen jetzt mehrere Male tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Fokussiere dabei keinen bestimmten Punkt mit deinem Blick, sondern lasse ihn ganz entspannt und offen. Schließe jetzt mit deiner Ausatmung deine Augen und atme durch die Nase entspannt weiter. Lass deinen Atem genauso sein, wie er sein möchte und beeinflusse ihn nicht. Er darf genauso sein, wie er ist. Achte jetzt auf deine Umgebung. Was hörst du? Was fühlst du? Wo berührt dein Körper den Boden, dein Rücken vielleicht eine Lehne? Spüre deine Hände auf deinem Körper liegen und nimm dich in diesem Raum wahr mit all deinen Sinnen. Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Körper, wandere langsam von deinem Kopf bis zu deinen Füßen und spüre, wo er angespannt ist und wo entspannt. Bist du bei deinen Zehenspitzen angelangt, dann spüre dein Inneres. Wie fühlst du dich jetzt? Wie fühlst du dich gerade? Entspannt? Müde? Alles darf da sein, so wie es ist. Versuche einfach zu beobachten und nicht zu bewerten. Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Beobachte nur, du musst nichts ändern oder beeinflussen. Spüre, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Wie die Luft in deinen Körper rein und wieder herausströmt. Beginne jetzt deine Atemzüge für ein paar Minuten zu zählen. Starte mit dem Einatmen. Einatmen 1. Ausatmen 2. Einatmen 3. Ausatmen 4. Und so weiter. Bis du bei 10 angelangt bist. Und dann beginne wieder mit 1. Amatmen 3. Ausatmen 4. Die Luft und 3. Ausatmen 4. Imatmen 4.1. Amatmen 4. Imatmen 5. Versuche 4.3. ausatmen 4. Amatmen 5. Versuche 4. 3. Ausatmen 4. Wenn Gedanken in deinem Kopf auftauchen, lass sie einfach da sein. Das ist total okay. Versuche einfach sie wie Wolken am Himmel vorbeiziehen zu lassen. Und richte deine Aufmerksamkeit ganz bewusst wieder auf deinen Atem und lass sie einfach vorbeischweben. Solltest du doch mal eine Weile mit deinem Gedanken mitgehen, kein Problem. Sobald es dir auffällt, komme einfach auch wieder zurück zu deiner Atmung und beginne zu zählen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Komm jetzt langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deinem Körper. Hör auf zu zählen. Lass deinen Atem so sein, wie er ist. Und spüre wieder deinen ganzen Körper, wie er sitzt, wie er sich anfühlt. Höre die Geräusche in dem Raum, der dich umgibt. Und öffne langsam deine Augen. Bleib noch einen Moment entspannt sitzen. Atme noch einmal tief ein und aus und nimm dir die Zeit, die du brauchst, um wieder anzukommen. Versuche, diese Entspannung ein bisschen in deinen Tag mitzunehmen. Und ich hoffe, dir hat diese Atemübung gefallen. Und ich hoffe, dir diese Abschuldigung. Wie, die Geräusche im Atemübung verbaut hast du, dass 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 du dich anwesend hast. Und du, dass du, dass du dich anwesend hast hast, du, dass du, dass du dich anwesend hast, wie er mit rollart hast. Vielen Dank.